Also mit Wrestling bin ich groß geworden, ganz ehrlich, also mit Hulk Hogan, 90er Jahre, wir haben es alle gesehen. WWE, Fighting von Kopf bis Zähn. Muskulöse Männer, tolle Kämpfe und super Stimmung. Bunt und sehr aufregend. Es ist viel Spaß zu sehen, die Energie zu sehen, und als sie zu machen, dann ist es ein guter Deal. Darin hat dieses neue Look zu sehen, als y'all kann man sehen. Das ist schwer, nicht ich? Oh mein Gott, das ist die beste Show zu sehen. Du siehst viel Energie, viel Impact, viel Fun Wrestling. Und viel Bellas. Das ist richtig. Willkommen, alle, zu WWE Live! Ja, überragend. Also natürlich jetzt gerade mit dem Abschluss John Cena, für mich natürlich mega. Ich finde das sehr großartig. Also ich bin ein großer Fan und ich möchte das jetzt selbst erlernen, um ehrlich zu sein. Dass ich da rausgehen durfte und auch noch in den Ring steigen, sensation. Ich finde es lustig. Es ist ja Entertainment-Stimmung. Das bringt alle zusammen. Das ist cool. BIPO! 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 BIPO!